Jetzt ist schon wieder was passiert. Das war der Wind. Und den Helm hat Ihnen auch der Wind davon geweht? Ich habe eine Helmbefreiung. Und warum haben Sie eine Helmbefreiung? Schuppenflechte und chronische Migräne. Und ich kriege so Beklemmungszustände unter dem Helm. Jetzt haben wir einen Applaus noch einmal. Wanddreck, habe ich auch ganz mit.